Norddeutscher Rundfunk Norddeutscher Rundfunk 19 km Jetzt sind wir klar. Ja. Jetzt verbrechen. Ok. Niederbricht Da noch Jetzt rechts Da runter, ne? Jetzt rechts Jetzt halbwegs abbiegen In 200 Metern links abbiegen auf die B8 in Burgastraße Richtung Münchenstein Jetzt links abbiegen Ich kann ja auch fragen, Hotel des Ego Los A come back, come back Wenn wir vorwärts nicht so Hier ist noch eine Pizzeria und das Restaurant Balkan Stadt Limburg Und so ein Restaurant Balkan Ach so So Dann fahren wir die Acht und die wird uns wohl irgendwas finden Wir werden ja wohl auch die da im Hotel finden, ne? in der Burgastraße in der Burgastraße ở in der Burgastraße wir mal finden ein Die kräfte in der Burgastraße in der Burgastraße in der Burgastraße und Oh, man bricht. 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 Und bricht. Oh, man 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 bricht. So, hier hoch, hier saß er am Bahnhof, wieder hoch und dann rechts auf das Klingskorb und dann rechts. Jetzt rechts abbiegen. Erstmal hier hoch. Hallo! 80 Meter links. Links Kurve, rechts, das war ein Bahnhof. Da ist auch ein Hotel. Hier ist ein Bahnhof. Da ist auch ein Hotel, da haben wir auch recht. Da fragen wir uns mal. Hoffentlich nimmt das noch einen guten Ausgang heute. Einfach mal fragen, oder? Die Frage ist wohl, ne? So, Pause. Ja, haben wir es frei. So, da muss ich mal so ein bisschen Schwung formen. Du kannst schnell runterfahren. Einmal oben da. Lang hier links runter. Und dann einmal oben hinten. Und dann noch mal kurz. Und dann hinten oben. Links rein. 66 ohne Frühstück. Das ist ja schon ganz gut. Das ist ja schon ganz gut. Da ist jetzt was. Guck mal. Park ist ja hier vorne. Differdent. Bad Werner. Bushotel. Dann ist das Hotel da hinten, ne? Guck, dann muss ich da hin. Das war ja ein bisschen nervig, aber... Ach so, was hier vorne kommt. Klasse. So, gute Nacht. Bad. Bad. Wie heißt das hier? Bad. Naja. Naja.